So, jetzt gibt es bei uns eine deutsche Gruppe und das ist hier nicht etwa eine Sparmaßnahme des ZDF. Man sieht so aus, nicht als wenn wir unsere Musik jetzt von diesem hübschen Ding haben. Nein, es hat einen ganz anderen Sinn. Ist ein Plattenspieler, werden wir gleich sehen. Eine Band, die vielleicht die wechselvollste Geschichte überhaupt durchgemacht hat. Erst waren sie richtig deutsche Schlager, New Wave Band. Dann haben sie anspruchsvolleren deutschen Schlager gemacht. Und jetzt internationale Hits. Und wer kann das schon nachmachen? Das ist schon einiges. Mal gucken, ob wir was verstehen. Wenn nicht, es wird gleich besser. Limousin, hier ist Hubert K. Willen im Wagen im G Head Willen im Wagen im Je neせatlen Willen im Wagen im G Told Willen im Wagen im Wagen im Wagen im Wagen im Wagen Laufspunk었는데 Willen im Wagen im Camosen �만� unit Willen im Wagen im G 시 Pomforge Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020